hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge fortnight action mit dem man sofort neben mir und mit mir immer gleich ja sofort macht mal wieder eine ein gameplay von sich beziehungsweise wir zeigen euch ein gameplay von ihm ja man hört nichts und hat nicht weil das zu leise ist zu leise muss das video bei dir so ist jetzt gelandet da ist ein aufsitz aufsitze ein lama und da ist auch schon wieder so sonst mache ich wieder das jetzt macht dann haben wir nichts mehr so jetzt habe ich wenn ich da bin da sieht man halt nichts davon dem was du hast das ist auch nötig irgendwo ich müsste eigentlich so weiter geht's ja also den getötet nein ein kill bis jetzt so also nicht so skorpion 4 2 so was mit dem streamer modus so leute der streamer modus bringt was einfach aus dem grund weil zb wenn ihr gegner ab und mal ein jahren auskennen steht derzeit player und städten dann wissen genau wer wen getötet hat und wer da ist und warum hast du eigentlich mit dem account gespielt und nicht mit einem anderen was ich wollte ein bisschen quatsch machen eigentlich eigentlich nicht was machen aber hat erst mal gar nicht gehabt und dafür gehst du dann da in so normales mit schwein und macht dann alle fertig ok na gut also schauen wir mal weiter was reden wir eigentlich so wir sind hier nach wie vor in retail da hinten wird jetzt noch nicht vor gelootet was haben wir dann bis jetzt 355 material 48 steine und 60 90 schuss 300 für die mini ein mini hat er noch übrig dahinten ist noch eine tour bei dem programm noch nicht so ausgereift würde ich sagen vielleicht kommt das irgendwann mal besser so ja da wird ein bäumchen abgebaut ich bin eher mit dem gameplay beschäftigt das mit dir was ist ein tg so ich will jetzt hier mal ein bisschen action sehen so zwei kids bis jetzt so wie sie so einfach wenn eben sollten das mit mir zu tun oder geht der lack ab da jetzt auch mal da nicht ich habe gar nicht angefangen das war mal kurz reingeguckt oder so ich habe da nicht wirklich aktiv gespielt so weiter geht's also hier haben wir jetzt so bis jetzt noch keine gegner wo kommen die gegner gegner sagt man das nette in der deutschen rechtschreib reform wer der gegner wo er hatte war der schlöste kamera so weiter geht's also da hat er einen taschenristen lässt er erst mal legen natürlich muss ja ich habe gedacht okay gut jetzt hat mich gemacht die wie findet ihr eigentlich die halloween dekoration ich finde die super geil im spiel jetzt hat mich erschrocken und erschrocken ja die hat zum komischen sound gemacht nach schlacht hinter mir ist dann habe ich ja alle stehlen weggeschlagen geht also jetzt bin ich sagen das habe ich mir schon fast gedacht so richtig also um mal gegner zu finden hier richtig weil keiner mehr da ist vor allem sehen noch 25 leute auf dieser großen map 24 und da fliegte einmal quer durch die map und nur noch kein gegner kein gegner wo 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 hast du da war kein gegner wo war sie hilft mir ja ich weiß doch nicht wo sie sind kennt ihr das so manchmal läuft sogar die ganze map ich meine ich bin ja ganz froh ich finde immer ein weg über die map wo ich keine gegner treffe ja das ist das problem vor allem ich will aufgeben da treffe ich auf kann keine andere mensch treffe ich auf zehn auf einmal das ist normal nicht ja auch auf der mann abstauern ein normal motiviert die zuschauer jetzt hat die hälfte abgeschaltet naja wenn der wenn derjenige der das gameplay macht anfängt zu gehen ja ich bin ich bin in diesem gameplay bin ich halb ausgeprägt weil ich wollte ein richtig gut aufnehmen aber wir haben angst vor also was denn was denn was ist der was war was was denn das ist sehr hast du jetzt jemanden gesehen nein das ist sehr ungezogen von ihnen so immer noch keine gegner was hier los keine ahnung wer weiß das ist nur noch 14 leute das ist so hart mit dir zusammen 13 ja mit mir zusammen sind 14 ohne dich 13 mal sehen so also da hinten wird oder hinten da hinten sieht man was seiten sieht man was jawohl wo kommt er gelauncht ja ich habe mir mal ganz kurz hoch springen gesehen oder so jetzt geht die action erst mal los da kommt er mit dem doofen wochen ich muss so aufpassen der ist tot 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 heute so schadenfreudig da sind wir bei drei kills es wäre ein wunder wenn ich sonst müsste ich sie auf senilität testen lassen was los tg so also beide geht's außerdem ist das kein waschwerden sondern ein schwarzer rett und da wie oft soll ich ihnen das muss angesagt thema senilität so das ist jugenddemenz waschwerden ja also weil jetzt du hast dadurch die ganze jugend sie bitte so waschwerden 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 her 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 waschwerden besser herr waschi wenn sie jetzt noch sagen herr red herr red panda herr waschi so also jetzt hier weiter geht's also ja herr wo sind die nächsten gegner wo hilfe um ist ein schwarzer balken nein das ist nicht schlimm ja muss trotzdem sein nicht schlimm ich glaube außer ihnen ist das niemandem aufgefallen äh doch so schreibt man die kommentare ob es euch aufgefallen ist wahrscheinlich wird jetzt 99,9 prozent der zuschauer schreiben ja es ist mir aufgefallen da wahrscheinlich überhaupt keiner das kommentiert wird es 99,9 prozent und denen ist aufgefallen dass es nicht mal in den kommentaren schreibt so also ich hab dann gesehen die sind schon runtergegangen vom gebäudesbäude ich hab dann aufgehört ja da sieht man so unten ja hei was denn bietig waschi herr sofort tiggi so oh es leckt es leckt es leckt weil der computer irgendwas gemacht hat so es wird wahrscheinlich irgendein programm starten und 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 das tut weh der ist weil die minis hat mir mehr gold stimmt sogar zwei ja wenn ich gebe uns beiseite da sind sie die zwei lagerfeuer lagerfeuer nicht aus gleich noch was nicht ist aus so wieder weg tiki ist weg so das ist mit der wahl ihrer tiergattung zusammen ich hätte ja gerne den wolf genommen aber der ist zu groß für sie dann hätten wir ja kleiner ziehen können nein einfach so klein wie eine puppe auf dem man ja klein ziehen kann ein theoretisch so das stimmt doch hatten sie was habe ich gesagt sie sollen die gerne ich konnte nicht alle auswählen wieso denn ich bei der drache zum beispiel zu groß war dann der wolf war zu groß der fuchs noch mal alles der kleine ziehen können dann bin ich auch der nächsten folge muss okay das stimmt finde ich auch besser also was jetzt die emotionen und die gesichtsmimiken und so weiter ist in schwarz mit einem schwarzen es geht so und da kommt auch schon wieder der nächste gegner ich bin auch nicht so wir sind jetzt zwischen bei 64 das heißt also sind jetzt noch fünf leute außer ihnen auf der map das nächste weg ist so jetzt bei 55 so und da hören wir schon eine heavy sniper da hört man eine heavy sniper das war schon gemein so damit ist der schon weg jetzt haben wir 64 66 kills und noch drei leute auf dem drei gegner drei leute und einen tiger das ding nach oben runter geholt da wird wirklich dagegen gebaut das heißt dass tatsächlich einer oben von ja sie kann nein das stimmt nicht normal spiel sehe ich das eher als sie okay als sie herr tg so und jetzt gehen jetzt 50 50 40 30 kurz nur auf einer gewissen lagerfeuer gegen trappen wer gewinnt ich wollte erst mal dass der bergaufsaison raus ist und ich bin jetzt zurückgegangen weil ich kann lust ich halte wegen den fps ja richtig weil jetzt vielleicht habe ich 140 manchmal dann bin ich noch eingegangen habe hinter mir ein bisschen was gebaut bin jetzt erst bei ihr eingegangen habe mir den sniper geholt und achtung es wird der nächste gegner schon da der sollte man gleich hören keine ahnung wie ich da auf ihn gekommen bin alter war das ein krasser erschuss holy shit nice nice getroffen ja nice and demi yeah that one's got for the bomb was war vorbildlich editiert auf der rechten seite unten muss warum auf der rechten seite unten nur zur erklärung warum ist das vorbildlich editiert achtung deckel ich denke mir so ich bin unter mega nice mega nice fadenkreuz auf der rechten seite von dem charakter deswegen ist es immer besser wenn man editiert und gegner auf der anderen seite der wand ist dann rechts unten editiert also was sie ja ja mega nice war man war am anfang ein bisschen durchwachsen aber dann das ende war richtig cool was ich noch ist tg tg ich sag dazu nur du stückstückstückstückstück so ja wenn es euch wenn es euch auch gefallen hat dann lasst doch mal einen daumen nach oben da sind jetzt nicht ganz so viele kills wie beim letzten gameplay das verlinke ich wieder am ende das ist mein letztes video nicht doch nein doch nein doch dann schauen wir mal rein okay also wenn das ist wie bei mir ist dasselbe leiten wir haben wir freuen schreibt mal hashtag waschi und in die kommentare bis dann rein und tschüss